so das kann jetzt was wir willkommen zu sims 4 haben 20.000 könnten eine christmaschine hierfür wohnungen das einzige haus was 20 22 schlafzimmer hat würde aber sagen wir gehen nach hier ist doch cool aber wir gehen dahin natürlich mit biert ach das ist, ah ich da damals für Gronkhiel das wusste ich jetzt nicht äh jo gut wir wollen aber Schriftsteller werden deshalb habe ich das jetzt so geplant das ist der einfachste Job äh wo könnte man denn hier an gestart also ich habe es auf der playstation das ist sehr interessant äh Esszimmer, Wohnzimmer haben wir denn hier Arbeitszimmer, Büro da äh 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 Braucht man nicht Ah, Komfort Machen wir erstmal ganz harmlos So, dann würde ich sagen Ich fange aber an tatsächlich Wir üben einfach schreiben Was haben wir denn hier so schön Das war die andere Wohnung, ne? Ne, das war die Wohnung, oder? Das war schon Das war, glaube ich, die Wohnung, ne? Das ist das so Urlaubsfeeling Wenn man in Holland so ein Bungalow Daran erinnert es stark Zumindest bei mir So, Ziel ist natürlich dann auch Irgendwann eine Familie zu gründen Wenn ich jetzt sage, wir machen einen Job Das ist auch ein bisschen blöd Weil, eh, ist ja kein anderer da Ich will aber nicht tatsächlich Johnny Schwarz Dankeschön Und Welt Das ist ja bitte neu gelesen Auf Wiedersehen E-Kontakte Er kann gehen, glaube ich, ne? Wusch, wusch Hallo Kannst du ihn bitte nach Hause schicken? Was müssen wir eigentlich noch mal werden um 4, 5 Bücher kann man halt echt gut oder malen Das ist so, Sachen, da kann man zu Hause bleiben So, ich kann es aber jetzt halt erst Dann Dann schreiben wir erstmal weiter Ich hoffe, du isst das auch Also jetzt hörst du jetzt nicht danach auf Tiger halten kein Schläfchen Oh, wie süß Wir gehen aber erstmal aufs Klo Und danach zocken wir so ein bisschen Ah, wick Äh, zockst immer noch ne? Äh... Wo können wir denn irgendwelche Freunde finden? Außer ich selber so quatsche. Angeln? Nein. Am 16 Uhr, wir machen erstmal heute nichts. Schreiben einfach erstmal und dann gucken wir morgen mal. Was wir so schönes hier finden. Ich weiß jetzt natürlich wie gesagt nicht, welches Level wir haben müssen, um Tandiere zu halten. Ich bin angespannt. Warum? Dann... Schauen wir aufs Fernsehen. Dann räumen wir erstmal auf. Boah, jetzt kriegen wir Hunger auf Käse. Weitgrillen können wir auch nochmal, ne? Schönen Racklebgrill. Und dann... Schönen... Ja. 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 Ohh, 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 ohh. Ach so. Alle sind immer so teuer. Das ist ja... Wir haben ja gewisse, dass Sims 4 einfach nicht mehr ins keinen fünften Teil sonst was gibt, sondern wirklich in 4 stetig entwickelt wird. Dann kann man sich das ja mal leisten. Wegkling ist hoffentlich in der Küche. Bauer ohne Frau. Das darf man aber auch nicht zu laut sagen, sonst macht, äh, obwohl ist ja eigentlich Bauersuchtfrau, weil sie sind ja erstmal ohne Frau. Hmm, zack. Ja, ist mir schon klar. Ich habe einfach nur schnell, schnell gemacht, also ein bisschen was gemacht. Okay. Hey, nicht chat. Soll ich jetzt... Soll ich... Reiterschreiben. Soll ich jetzt einfach... Ich muss aber immer noch, äh... Ja, sag es ihr. Wir kennen uns. Nicht mal so wirklich. Ah, Schubner auch. Ob mich Stadtbad angeht, ist doch egal. Oh, ho, 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 ho. Hast du mal auf? So. Danach würde ich sagen, gehen wir mal tatsächlich mal... Ich will erstmal alle noch essen. Lass mich doch mal... Ich will erstmal alle noch essen lassen. So. 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 No! So. Oh, ich habe schon 27 Simoleons verdient. Wuhu. Achso, ich bin junger Erwachsener. Das interessiert mich immer so. Erwachsener. Habe ich jetzt irgendwas bestanden? Ja, das ist Witz. Ja, was ist denn los? Ja, warum bin ich für den Traurig? Meine Opfer. Nein, Quatsch. Was ist denn, entweder verbockt man es jetzt. Sorry. Wir machen jetzt alles in den Katz hier. Hey, hallo? Stopp. Ich will es ja aufmuntern, aber muss man es ja direkt dann jedes Mal machen. Hallo. Hörst du mal auf, dich in die Möte zu verpissen? Ah, sie ist verpisst. Jetzt ist sie weg. Und schwuppsi wupp ist sie weg. Äh. Das ist ein Geh. Okay. Nein, ich will nicht mit ihm reisen. Herr im Himmel. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel muss ich aufs Klo oder so. So sieht gut aus. Komm, wir sind konzentriert. Dass das Sonne hier nicht so weitergeht, ne? So, ich würde sagen, ich habe gleich Hunger. Hast du dir jetzt eine SMS geschickt? Warte nochmal. Ja. Ja. So, dann müssen wir mal aufs Klo. Dann würden wir aber sagen, erst mal aufhören. Aufhören wir auf. Geh aufs Klo. Und schreibe mal weiter. Geh aufhören. Es sieht ja immer so... Ist das Teppich? Das sieht immer so... Machen wir das Level noch voll, dann gehen wir duschen. Ich habe noch ein Foto gemacht für ihn. Geh mal eher so ein bisschen auf den Sack. Ah, super. Super. Hey, wieso willst du das plieren? Haben wir eigentlich Hunger? Ich kann noch mal ein bisschen Fernsehen gucken. Äh, dann müssen wir da nur noch eine Pizza bestellen. Aha! Da haben wir 20 Uhr, ich bin schon müde. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Dann gehst du bitte aufs Klo. So. Isst danach ein Stückchen Pizza. Tust sie danach bitte nicht wegwerfen wäre blöd. Und guck mal, was wir bei der Karriere aufhören. Ist ja eigentlich Schriftsteller, ne? Kann ich mich nicht, kann ich da nicht eigentlich Dreck kündigen? Okay. Heute ist Dienstag, okay. Ein bisschen plaudern. Habe ich jetzt mit der geplaudert? Und dann... Ist nie die zahme Schildkern an. Ah, okay. Ja, war schon so schlecht. Was kann ich jetzt? Hallo, nein! Nein! Aber, ich mach jetzt erstmal Pause für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht bei Sims. Wenn es ankommt und dann... Joa, müssen wir erstmal gucken. Wir können... Vielleicht... Irgendeine Freundin finden. Dann haben wir zwei Leute. Und dann ist das das Ziel. Karriere. Buch schreiben. Umziehen. Allem drum und dran. Bis dann. Und tschüss. Danke.